Untertitelung des ZDF, 2020 Das Grauen aus dem Wassertank Am Rande einer gewissen Stadt an der Ostküste befindet sich auf einer Anhöhe ein großer eiserner Wassertank, aus dem eine Reihe kleiner Willen gespeist wird. Der obere Teil des Tanks wurde zementiert und mit einem Geländer versehen, sodass er für die Bürger der Stadt, die dort spazieren gehen wollen, einen herrlichen Aussichtspunkt darstellt. Und er war sehr beliebt, bis sich die seltsamen und schrecklichen Ereignisse zutrugen, von denen ich hier berichten möchte. Eines späten Abends stieg eine Gruppe von drei Damen und zwei Herren den Pfad hinauf, der zum Becken führt. Sie hatten zu Abend gegessen und es wurde vorgeschlagen, dass ein Spaziergang auf dem Becken in der Kühle des Abends angenehm sein würde. Als sie die ebene, zementierte Fläche erreicht hatten, stolperte eine der Damen und wäre beinahe über einen Gegenstand gefallen, der in der Nähe des stadtseitigen Geländers lag. Nachdem einer der Männer ein Streichholz angezündet hatte, sahen sie, dass es der Körper eines korpulenten alten Mannes war, der in einer verkrümmten Haltung und scheinbar völlig tot da lag. Entsetzt geleiteten die beiden Männer ihre hinreißenden Begleiterinnen in das nächstgelegene der oben genannten Häuser. Dann kehrten sie in Begleitung eines vorbeikommenden Polizisten in aller Eile zu der Stelle zurück. Mithilfe der Laterne des Polizisten stellten sie die grauenhafte Tatsache fest, dass der alte Herr erwürgt worden war. Außerdem trug er weder Uhr noch Geldbörse bei sich. Der Polizist konnte ihn als einen alten pensionierten Mühlenbesitzer identifizieren, der in einiger Entfernung in einem Ort namens Revenge End lebte. Zu diesem Zeitpunkt gesellte sich ein Fremder zu der kleinen Gruppe, der sich als Dr. Toynton vorstellte und anmerkte, er wohne in einem der nahegelegenen Villen und sei sofort herübergelaufen, als er hörte, dass etwas nicht stimmte. Schweigend standen beide Männer und der Polizist im Kreis, als der Arzt mit geschickten Händen seine kurze Untersuchung durchführte. Er ist noch nicht länger als eine halbe Stunde tot, sagte er, als er zum Ende gekommen war. Er wandte sich an die beiden Männer. Sagen Sie mir, was sich zugetragen hat, alles, was Sie wissen. Sie erzählten ihm das Wenige, das Ihnen bekannt war. Außergewöhnlich, sagte der Arzt. Und Sie haben niemanden gesehen. Keine Menschenseele, Doktor. Der Mediziner wandte sich an den Officer. Wir müssen ihn nach Hause bringen. Haben Sie einen Krankenwagen gerufen? Ja, Sir, sagte der Polizist. Ich habe nach meinem Kollegen auf dem unteren Revier gepfiffen und er ist sofort losgefahren. Der Arzt unterhielt sich mit den beiden Männern und erinnerte sie daran, dass sie bei der Untersuchung erscheinen müssten. Ist es Mord? fragte der Jüngere der beiden mit leiser Stimme. Nun, sagte der Arzt, es sieht ganz danach aus. Und dann kam der Krankenwagen. An dieser Stelle komme ich mit der Geschichte in Berührung, denn der alte Mr. Marchmount, der pensionierte Mühlenbesitzer, war der Vater meiner Verlobten und ich war im Haus, als der Krankenwagen mit seiner traurigen Last eintraf. Dr. Thornton hatte sie zusammen mit dem Polizisten begleitet und auf seine Anweisung hin wurde die Leiche nach oben gebracht, während ich meiner Liebsten die Nachricht überbrachte. Bevor er ging, gab mir der Arzt einen groben Überblick über die Geschichte, wie er sie kannte. Ich fragte ihn, ob er eine Theorie darüber habe, wie und warum das Verbrechen begangen worden sei. Nun, sagte er, die Uhr und die Kette fehlen und die Geldbörse und dann ist er zweifellos erdrosselt worden, aber womit kann ich nicht sagen. Und das war alles, was er mir sagen konnte. Am nächsten Tag erschien im Northern Daily Telephone ein langer Bericht über den schockierenden Mord. Die Kolumne endete, wie ich mich erinnere, mit der Bemerkung, dass die Leute gut daran täten, sich in Acht zu nehmen, da offensichtlich einige sehr verzweifelte Individuen unterwegs seien und fügte hinzu, dass man glaube, die Polizei habe einen Hinweis. Im Laufe des Nachmittags ging ich selbst zum Tank hinauf. Auf der Straße, die in einiger Entfernung vorbeiführte, stand eine große Menschenmenge, aber der Tank selbst war in den Händen des Polizeibeamten, der oben auf der Treppe, die dort hinaufführt, stationiert war. Da ich mit dem Verstorbenen in Verbindung stand, erlaubte man mir, mich umzusehen. Ich bedankte mich und unterzog den gesamten Tank einer gründlichen Untersuchung, die so weit ging, dass ich meinen Stock durch die Löcher in den eisernen Kanalabdeckungen steckte, um festzustellen, ob der Tank voll war oder nicht und ob es Platz für ein Versteck gab. Als ich meinen Stock herauszog, stellte ich fest, dass das Wasser bis auf wenige Zentimeter an den Deckel heranreichte und dass die Deckel fest verschlossen waren. Ich verwarf sofort die vage Theorie, die sich in meinem Kopf gebildet hatte, dass es eine Möglichkeit geben könnte, sich im Becken selbst zu verstecken und auf den Unvorsichtigen loszugehen. Es handelte sich offensichtlich um einen gewöhnlichen, brutalen Mord, der um die Geldbörse und die goldene Uhr meines zukünftigen Schwiegervaters Willen begangen wurde. Eine andere Sache ist mir noch aufgefallen, bevor ich das Wasserreservoir wieder verließ. Es fiel mir auf, dass ich über die Reling auf das umliegende Stück Brachland sehen konnte, doch zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir wenig dabei und maß ihm keinerlei Bedeutung zu. Das umliegende Stück Land war weich und schlammig und ziemlich glatt. Möglicherweise war ein Leck im Tank, was dies verursachte. Jedenfalls schien es so zu sein. »Es gibt nicht viel zu sehen, Sir«, sagte der Polizist, als ich mich anschickte, die Stufen hinunter zu steigen, um zur Straße zurückzukehren. »Nein«, sagte ich, »es scheint nichts zu geben, woran man festhalten könnte.« Und so verließ ich ihn und ging zum Haus des Arztes. Glücklicherweise war er zu Hause und ich teilte ihm sofort das Ergebnis meiner Untersuchungen mit. Dann fragte ich ihn, ob er glaube, dass die Polizei dem Verbrecher wirklich auf der Spur sei. Er schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete er, »ich war heute Morgen dort oben und habe mich umgesehen und seitdem habe ich nachgedacht. Es gibt ein oder zwei Punkte, die mich völlig verblüffen, Punkte, über die die Polizei meiner Meinung nach noch nicht gestolpert ist.« Doch obwohl ich ihn bedrängte, sagte er nichts Konkretes. »Warten Sie ab«, war alles, was er mir sagen konnte. Doch ich musste nicht lange warten, bis sich eine weitere Sache ereignete. Etwas, das der Angelegenheit einen zusätzlichen Hauch von Geheimnis und Schrecken verlieh. An den beiden Tagen nach meinem Besuch beim Arzt war ich mit den Vorbereitungen für die Beerdigung des Vaters meiner Verlobten beschäftigt. Und am Morgen der Beerdigung kam die Nachricht vom Tod des Polizisten, der auf dem Wassertank Dienst getan hatte. Von meinem Platz im Beerdigungszug aus sah ich große Plakate, die diese Tatsache in großen Lettern ankündigten, während die Zeitungsjungen unablässig riefen, »Schrecken aus dem Tank!«, »Polizist erdrosselt!«. Doch ich musste warten, bis die Beerdigung vorüber war, um eine Zeitung zu erstehen und Einzelheiten zu erfahren. Als ich endlich in der Lage dazu war, fand ich heraus, dass der Arzt, der ihn begleitet hatte, kein anderer als Thornton war, und ich ging sofort zu ihm hinauf, um weitere Einzelheiten von ihm zu erfahren. »Sie haben den Zeitungsbericht gelesen?«, fragte er, als ich eintraf. »Ja,« antwortete ich. »Sehen Sie,« sagte er, »ich hatte recht, als ich sagte, dass die Polizei auf der falschen Fährte war. Ich war heute Morgen dort oben, und es hat mich viel Mühe gekostet, ein paar Notizen in eigener Sache zu machen. Es gelang mir nur durch den Einfluss von Inspektors Lego, mit dem ich ein- oder zweimal ein wenig ermittelt habe. Sie haben jetzt zwei Männer und einen Wachtmeister im Dienst, um die Leute fernzuhalten. Also haben Sie ein bisschen Detektivarbeit geleistet?« »Ein wenig,« antwortete er. »Und sind Sie zu einem Ergebnis gekommen?« »Noch nicht.« »Sagen Sie mir, was Sie über den aktuellen Vorfall wissen,« sagte ich. »Die Zeitung war nicht sehr genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange es dauerte, bis man herausfand, dass der Polizist getötet worden war. Wer hat ihn gefunden?« Nun, soweit ich es von Inspektors Lego erfahren konnte, war es so. Sie hatten einen ihrer Männer für den Dienst auf dem Tank bis zwei Uhr nachts eingeteilt, dann sollte er durch den nächsten Mann abgelöst werden. Ungefähr eine Minute vor zwei traf die Ablösung gleichzeitig mit dem Inspektor ein, der seine Runde machte. Sie trafen sich auf der Straße unterhalb des Tanks und gingen den kleinen Seitenweg zum Durchgang hinauf, als sie von der Spitze des Tanks plötzlich einen Schrei hörten. Der Schrei endete in einer Art Glucksen, und sie hörten deutlich, wie etwas mit einem dumpfen Schlag zu Boden fiel. Sofort rannten die beiden den Gang hinauf, der, wie Sie wissen, mit einem hohen, scharfen Eisengeländer eingezäunt ist. Noch während sie rannten, hörten sie das Geräusch strampelnder Absätze auf der zementierten Oberseite des Tanks, und gerade als der Inspektor den Fuß der Treppe erreichte, erklang ein letztes Stöhnen. Im nächsten Moment waren sie oben angelangt. Der Polizist schwenkte das Licht seiner Laterne hin und her. Es traf auf einen zusammengekauerten Haufen nahe des rechten Geländers, etwas Schlaffes und Regloses. Sie rannten hin und stellten fest, dass es sich um den toten Körper des diensthabenden Polizisten handelte. Eine eilige Untersuchung ergab, dass er erwürgt worden war. Der Inspektor blies in seine Trillerpfeife, und bald darauf traf ein weiterer Polizist am Tatort ein. Dieser Mann wurde sofort zu mir geschickt, und in der Zwischenzeit führten sie eine schnelle, aber gründliche Untersuchung durch, die jedoch nichts zu Tage förderte. Das war umso erstaunlicher, als der Mörder auf dem Tank gewesen sein musste, als sie die Treppe hinaufgingen. »Donnerwetter«, mummelte ich. »Er muss schnell gewesen sein.« Der Arzt nickte. »Moment mal«, fuhr er fort, »ich bin noch nicht fertig. Als ich ankam, konnte ich nichts tun. Der Hals des armen Kerls war buchstäblich zerquetscht worden. Die eingesetzte Kraft muss enorm gewesen sein. »Haben Sie etwas gefunden?«, fragte ich den Inspektor. »Nein«, sagte er und erzählte mir alles, was er wusste, um dann zu sagen, dass der Mörder, wer auch immer es war, davongekommen sei. »Aber«, rief ich, »er hätte doch an Ihnen vorbeikommen müssen oder aber über das Geländer springen. Es gibt keinen anderen Weg.« »Genau das hat er getan«, antwortete Slago etwas gereizt. »Es ist ja nicht hoch.« »Wenn das so ist, Herr Kommissar«, antwortete ich, »hat er etwas hinterlassen, mit dem wir ihn vielleicht aufspüren können.« »Sie meinen den Schlamm um den Tank, Doktor«, unterbrach ich ihn. »Ja«, sagte Dr. Thornton, »das ist Ihnen also aufgefallen, ja? Nun, wir haben die Lampe des Polizisten genommen und die Umgebung des Tanks gründlich abgesucht, aber die gesamte flache Oberfläche des schlammbedeckten Bodens war glatt und ohne einen einzigen Fußabdruck.« Der Arzt hielt dramatisch inne. »Großer Gott«, rief ich aufgeregt aus, »wie ist der Kerl dann entkommen?« Dr. Thornton schüttelte den Kopf. »Das ist ein Punkt, guter Mann, über den ich noch nicht sprechen werde. Und doch glaube ich, dass ich einen Anhaltspunkt habe.« »Was?«, rief ich voller Spannung. »Ja«, antwortete er und nickte nachdenklich mit dem Kopf. »Morgen kann ich Ihnen vielleicht etwas sagen.« Er erhob sich von seinem Stuhl. »Warum nicht jetzt?«, fragte ich fast verrückt vor Neugier. »Nein«, sagte er, »die Sache ist noch nicht klar genug.« Er zog seine Uhr hervor. »Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich habe einen Patienten, der auf mich wartet.« Ich griff nach meinem Hut und er ging und öffnete die Tür. »Morgen«, sagte er und nickte mir beruhigend zu, als er mir die Hand gab. »Sie werden es nicht vergessen.« »Ziemlich sicher nicht«, antwortete ich, und er schloss die Tür hinter mir. Am nächsten Morgen erhielt ich eine Nachricht von ihm, in der er mich bat, meinen Besuch auf den Abend zu verschieben, da er den größten Teil des Tages nicht zu Hause sein würde. Er nannte 9.30 Uhr als mögliche Zeit, zu der ich anrufen könnte. Irgendeine Zeit zwischen da und 10 Uhr abends. Aber es sollte nicht später als das sein. Da ich so neugierig war, ärgerte ich mich natürlich, dass ich den ganzen Tag warten musste. Ich hatte vor, so früh anzurufen, wie es der Anstand erlaubte. Doch nach dieser Nachricht blieb mir nichts anderes übrig, als zu warten. Im Laufe des Vormittags besuchte ich den Tank, wurde aber vom zuständigen Feldwebel abgewiesen. Auf der Straße unterhalb des Tanks und in der kleinen Seitengasse, die zu dem vergitterten Durchgang führte, befand sich eine große Menschenmenge. Sie waren wie ich mit der Absicht heraufgekommen, die Stelle zu sehen, an der sich die Tragödien ereignet hatten, aber sie durften nicht an den Männern in Blau vorbei. Etwas verärgert über die hartnäckige Weigerung, mich auf den Tank zu lassen, wandte ich mich der Gasse zu, die ziemlich bald nach rechts abbiegt. Als ich eine Lücke in der Mauer entdeckte, kletterte ich hinüber und ging ungeachtet einer Tafel, die unbefugt mit Schrecken drohte, über das Stück Brachland, bis ich zu dem breiten Schlammstreifen kam, der den Tank umgab. Dann ging ich am Rande des sumpfigen Bodens entlang, bis ich mich auf der Stadtseite des Beckens befand. Unterhalb von mir gab es eine große Mauer, die mich vor den Menschen auf der Straße verbarg. Zwischen mir und dem Tank lagen etwa vierzig Fuß glatter, schlammbedeckter Erde. Diese untersuchte ich nun sorgfältig. Wie der Arzt gesagt hatte, war nirgends ein Fußabdruck zu sehen. Meine vorherige Verwirrung wurde noch größer. Ich glaube, ich hatte irgendwo in meinem Hinterkopf den Gedanken, dass der Arzt und die Polizei einen Fehler gemacht hatten. Vielleicht hatten sie das Offensichtliche übersehen, was wahrscheinlicher ist, als viele denken. Ich drehte mich um, um zurückzukehren, und im selben Moment begann ein kleiner Wasserstrahl aus einem Rohr direkt unter dem Rand des Tankdeckels zu fließen. Das war offensichtlich der Überlauf. Zweifelsohne war der Tank randvoll. Wie, so fragte ich mich, war der Mörder entkommen, ohne eine Spur zu hinterlassen? Ich machte mich auf den Weg zurück zum Mauerspalt und zur Straße, und dann noch, während ich hinuntersprang, kam mir eine Idee, eine mögliche Lösung des Rätsels. Ich eilte zu Dörferst, dem Aufseher des Wasserreservoirs, von dem ich wusste, dass er in einem kleinen Häuschen wohnte, das nur wenige hundert Meter entfernt war. Ich erreichte das Häuschen und klopfte an. Der Mann selbst antwortete mir und nickte mir freundlich zu. Was für ein hässlicher, kleiner Kerl, dachte ich. Laut sagte ich, ich möchte ein paar Einzelheiten über den Tank wissen. Ich weiß, dass sie mir besser als jeder andere sagen können, was ich wissen will. Die Freundlichkeit verschwand aus dem Gesicht des Mannes. Was wollen Sie denn wissen? fragte er mürrisch. Nun, antwortete ich, ich möchte wissen, ob es in der Nähe des Tanks einen Ort gibt, an dem sich ein Mann verstecken kann. Der Mann sah mich finster an. Nein, sagte er kurz. Sicher? fragte ich. Natürlich bin ich das, war seine mürrische Antwort. Es gibt noch etwas, das ich wissen möchte, fuhr ich fort. Worauf wurde der Tank gebaut? Bett aus Zement, antwortete er. Und die Seiten, wie dick sind sie? Etwa einen halben Zentimeter Eisen. Noch etwas, sagte ich und zog eine halbe Krone aus meiner Tasche, wobei ich sein Gesicht aufleuchten sah. Wie sind die Innenmasse des Tanks? Ich reichte ihm die Münze. Er zögerte einen Moment, dann steckte er sie in seine Westentasche. Kommen Sie einen Moment mit, ich hab'n Plan von dem Ding oben, wenn Sie hier sitzen und warten wollen. Gut, antwortete ich und setzte mich, während er durch die Tür verschwand und ich hörte, wie er über mir herumwühlte. Was für ein mürrisches Biest, dachte ich bei mir. Während mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, erblickte ich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes einen alten Bronze-Glanzkrug. Er stand hoch oben auf einem Regal, aber in einer Minute war ich am anderen Ende des Zimmers und griff danach, denn ich habe eine Vorliebe für solche Dinge. Was für eine Schönheit, mummelte ich, als ich den Henkel ergriff. Ich biete ihm fünf Dollar dafür. Jetzt hatte ich das Ding in der Hand. Es war schwer. Der alte Narr, dachte ich, er hat es benutzt, um Kleinkram darin zu verstauen, und damit trug ich es zum Fenster hinüber. Dort im Licht warf ich einen Blick hinein und hätte es beinahe fallen lassen, denn nur wenige Zentimeter vor meinen Augen lagen die alte goldene Uhr und die Kette, die meinem ermordeten Freund gehört hatten. Einen Moment lang war ich wie betäubt. Dann wusste ich es. Dieser kleine Teufel, sagte ich, der gemeine kleine Mörder. Ich stellte den Krug auf dem Tisch ab und lief zur Tür. Ich öffnete sie und warf einen Blick hinaus. Dort, keine dreißig Schritte entfernt, stand Inspektor Slago in Begleitung eines Wachtmeisters. Sie waren soeben am Haus vorbeigegangen und gingen offensichtlich zum Tank hinauf. Ich schrie nicht, denn damit hätte ich den Mann im Zimmer darüber gewarnt. Ich lief dem Inspektor hinterher und hielt ihn am Ärmel fest. Kommen Sie, Herr Inspektor, keuchte ich. Ich habe den Mörder. Er wirbelte auf dem Absatz herum. Was? schrie er fast. Er ist da drin, sagte ich. Er ist der Aufseher des Tanks. Er hat noch die Uhr und die Kette. Ich habe sie in einem Krug gefunden. Daraufhin rannte der Inspektor auf die Hütte zu, gefolgt von mir und dem Polizisten. Wir stürzten durch die offene Tür und ich zeigte auf den Krug. Der Inspektor hob ihn auf und warf einen Blick hinein. Dann warnte er sich an mich. Können Sie das identifizieren? fragte er rasch und mit aufgeregter Stimme. Natürlich kann ich das, antwortete ich. Mr. Mordschmount sollte mein Schwiegervater werden. Ich kann schwören, dass die Uhr von ihm ist. In diesem Augenblick ertönten Schritte auf der Treppe und eine Sekunde später kam der schwarzbärtige kleine Aufseher durch eine Innentür herein. In seiner Hand hielt er eine Papierrolle, offensichtlich der Plan, von dem er gesprochen hatte. Als sein Blick auf den Inspektor fiel, der die Uhr des Ermordeten in der Hand hielt, sah er, wie das Gesicht des Kerls plötzlich blass wurde. Er schnappte nach Luft und sein Blick schweifte durch den Raum zu der Stelle, wo der Krug gestanden hatte. Dann warf er einen Blick auf uns drei, machte einen Schritt rückwärts und sprang zur Tür, durch die er gekommen war. Aber wir waren zu schnell für ihn, und hatten ihn in einer Minute sicher in Handschellen gelegt. Der Inspektor warnte ihn, dass alles, was er sagen würde, als Beweismittel verwendet werden würde. Aber das war nicht nötig, denn er sagte kein Wort. »Wie sind Sie bloß darauf gekommen?« fragte der Inspektor und hielt die Uhr samt Kette hoch. »Was hat Sie darauf gestoßen?« Ich erklärte es ihm, und er nickte. »Das ist wunderbar!« sagte er und wies in Richtung des Gefangenen. »Und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, dass er es war!« Dann brachten sie ihn weg. An diesem Abend stattete ich dem Arzt einen Besuch ab. Er hatte gesagt, dass er in der Lage sein würde, mir mehr zu berichten, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es umgekehrt sein würde. Ich war es, der etwas zu erzählen hatte, und zwar sehr viel mehr als nur ein wenig. Ich hatte das ganze Rätsel an einem einzigen Vormittag gelöst. Ich rieb mir die Hände und fragte mich, was der Arzt wohl zu meiner Nachricht sagen würde. Doch obwohl ich bis 10.30 Uhr wartete, tauchte er nicht auf, sodass ich schließlich gehen musste, ohne ihn zu sehen. Am nächsten Morgen ging ich zu ihm nach Hause. Dort empfing mich seine Haushälterin mit einem Telegramm, das sie soeben von einem Freund von ihm irgendwo an der Südküste erhalten hatte. Darin stand, dass der Arzt schwer erkrankt sei und derzeit an sein Bett gefesselt und bewusstlos. Ich schickte das Telegramm zurück und verließ das Haus. Es tat mir leid für den Arzt, aber fast noch mehr, dass ich ihm nicht persönlich die Nachricht von meinem Erfolg als Amateurdetektiv überbringen konnte. Es vergingen viele Wochen, bis Dr. Thornton zurückkehrte und in der Zwischenzeit hatte der Aufseher des Wasserreservoirs seinen Prozess hinter sich und war wegen des Mordes an Mr. Marchmount verurteilt worden. Vor Gericht hatte er die unglaubwürdige Erklärung abgegeben, dass er den alten Herrn tot aufgefunden und dass er die Uhr und die Geldbörse nur aus einem Impuls heraus von der Leiche genommen hatte. Das nützte ihm natürlich nichts und als ich den Arzt am Tag seiner Rückkehr traf, waren es nur noch drei Tage bis zu seiner Hinrichtung. Übrigens, Herr Doktor, sagte ich nach einigen Minuten des Gesprächs, »Ich nehme an, Sie wissen, dass ich den Mörder des alten Mr. Marchmount und des Polizisten gestellt habe.« Als Antwort drehte sich der Doktor um und starrte mich an. »Ja«, sagte ich und nickte, »es war dieser kleine Rohling von einem Aufseher. Er soll in drei Tagen gehängt werden.« »Was?« rief der Arzt mit erschrockener Stimme aus. »Dieser kleine Duffhurst?« »Ja«, sagte ich zögernd. »Gehängt«, erwiderte der Doktor. »Der Mann ist doch genauso unschuldig wie Sie.« Ich starrte ihn an. »Was meinen Sie?«, fragte ich. »Die Uhr und die Kette wurden in seinem Besitz gefunden. Sie haben ihn vor Gericht für schuldig befunden.« »Gütiger Himmel«, sagte der Arzt. »Was für eine schreckliche Blindheit!« Er wandte sich an mich. »Warum haben Sie mir nicht geschrieben und es mir gesagt?« »Sie waren krank.« Danach dachte ich, Sie hätten es sicher in einer der Zeitungen gelesen. »Ich habe keine mehr angesehen, seit ich krank war«, antwortete er scharf. »Bei Gott, da haben Sie aber ein ziemliches Durcheinander angerichtet. Erzählen Sie mir, wie es passiert ist.« Das tat ich, und er hörte mir aufmerksam zu. »Und in drei Tagen soll er gehängt werden?«, fragte er, als ich geendet hatte. Ich nickte. Er nahm seinen Hut ab und wischte sich über Gesicht und Stirn. »Das wird eine knifflige Aufgabe, ihn zu retten«, sagte er langsam. »Nur drei Tage, mein Gott!« Er sah mich an und stellte dann unvermittelt eine törichte Frage. »Hat es da oben noch mehr Morde gegeben, während ich krank war?« Er wies mit der Hand auf den Tank. »Nein«, antwortete ich. »Natürlich nicht. Wie sollte es auch, wenn Sie den Kerl haben, der Sie begangen hat?« Er schüttelte den Kopf. »Außerdem«, fuhr ich fort, »geht jetzt niemand mehr hinauf, zumindest nicht nachts, und da wurden die Morde begangen.« »Ganz recht, ganz recht«, stimmte er mir zu, als ob das, was ich gesagt hatte, mit dem übereinstimmte, was er im Kopf hatte. Er drehte sich zu mir um. »Hören Sie«, sagte er, »kommen Sie heute Abend gegen zehn Uhr zu mir, und ich glaube, ich kann Ihnen beweisen, dass das Ding, das March Mount und den Polizisten getötet hat, nicht, nun, es war nicht der kleine Dufferst.« Ich starrte ihn an. »Das ist Fakt«, sagte er. Er drehte sich um und wollte mich verlassen. »Ich komme mit«, rief ich ihm nach. Zur genannten Zeit erschien ich bei Dr. Teunton. Er öffnete selbst die Tür, ließ mich ein und führte mich in sein Arbeitszimmer. Hier traf ich zu meinem Erstaunen auf Inspektor Slago. Der Inspektor machte einen ziemlich besorgten Eindruck, und als Teunton einmal für eine Minute den Raum verließ, beugte er sich zu mir herüber. »Er scheint zu glauben«, sagte er heiser flüsternd und nickte in Richtung der Tür, durch die der Arzt gegangen war, dass wir einen dummen Fehler gemacht und den falschen Mann erwischt haben. »Er wird feststellen, dass er sich irrt«, antwortete ich. Der Inspektor sah nicht überzeugt aus und schien gerade etwas sagen zu wollen, als der Arzt zurückkam. »Nun denn«, bemerkte Dr. Teunton, »wir machen uns bereit. Hier«, er warf mir ein paar Gummistiefel zu. »Ziehen Sie die an. Sie haben festes Schuhwerk, Inspektor? »Ja, Sir«, antwortete Slago. »Trage ich nachts immer.« Der Arzt ging in eine Ecke und kam mit einer doppelläufigen Schrotflinte zurück, die er auch gleich lud. Nachdem er dies getan hatte, wandte er sich an den Inspektor. »Haben Sie Ihren Mann draußen?« »Ja, Sir«, antwortete Slago. »Dann kommen Sie mit, Sie beide.« Wir standen auf und folgten ihm in den dunklen Flur und dann durch die Eingangstür auf die stille Straße hinaus. Hier erwartete uns ein Polizist in Zivil, der an einer Wand lehnte. Auf einen leisen Pfiff des Inspektors hin kam er schnell herüber und salutierte. Dann drehte sich der Arzt um und beschritt den Weg zum Tank. Obwohl die Nacht ausgesprochen warm war, schauderte es mich. Es lag ein Gefühl der Gefahr in der Luft, das meine Nerven angriff. Ich war im Unklaren darüber, was passieren würde. Wir erreichten das untere Ende des mit einem Geländer versehenen Ganges. Hier hielt uns der Arzt an und begann, Anweisungen zu geben. »Haben Sie eine Laterne dabei, Inspektor?« »Ja, Sir.« »Und Ihr Mann ebenfalls?« »Ja, Sir«, antwortete der Mann für sich selbst. »Nun, ich möchte, dass Sie Ihre vorerst meinem Freund hier geben.« Der Mann in Zivil reichte mir seine Laterne und wartete auf weitere Befehle. »Jetzt«, sagte Dr. Thornton zu mir gewandt, »möchte ich, dass Sie und der Inspektor sich oben auf dem Tank in der linken Ecke positionieren und Ihre Laterne bereithalten. Und denken Sie daran, es darf keinen Laut geben, sonst ist alles verdorben.« Er klopfte dem Mann in Zivil auf die Schulter. »Kommen Sie mit«, sagte er. Als wir die Oberseite des Tanks erreicht hatten, stellten wir uns so auf, wie er es angeordnet hatte, während er mit dem Mann des Inspektors in die rechte Ecke hinüberging. Nach einem Moment verließ er den Offizier und ich konnte gerade noch dessen Gestalt ausmachen, die sich unvorsichtig gegen das Geländer lehnte. Der Arzt kam zu uns herüber und setzte sich zwischen uns. »Sie haben ihn ungefähr da positioniert, wo unser Mann lag, als wir ihn fanden,« flüsterte der Inspektor. »Ja,« antwortete Dr. Teunton. »Jetzt hören Sie zu, und dann darf es keinen weiteren Ton mehr geben. Es geht um Leben und Tod.« Sein Verhalten und seine Stimme waren sehr eindrücklich. »Wenn ich bereitrufe, werfen Sie das Licht Ihrer Laterne so präzise wie möglich auf den Offizier. Haben Sie verstanden?« »Ja,« antworteten wir gemeinsam, und dann sprach niemand mehr. Der Arzt legte sich zwischen uns auf den Bauch, die Mündung seines Gewehrs ein wenig nach rechts gerichtet, wo der andere Mann stand. So warteten wir. Eine halbe Stunde verging, eine Stunde, in der aus dem Tal ein fernes Glockengeläut zu uns herauftrang. Dann herrschte wieder Stille. Zweimal noch verkündeten die fernen Glocken die verrinnenden Stunden, und mein Körper begann sich langsam in der starren Position zu verkrampfen. Plötzlich ertönte von der anderen Seite des Tanks ein leises, ein wirklich sehr leises schleifendes, kriechendes Geräusch. Ein kalter Schauer überlief mich, und ich spähte vergeblich in die Dunkelheit, bis meine Augen vor Anstrengung schmerzten. Doch ich konnte nichts sehen. Undeutlich konnte ich die lümmelnde Gestalt des Wachtmeisters erkennen. Er schien sich nicht von seiner ursprünglichen Position zu bewegen. Das seltsame, reibende, schlurfende Geräusch dauerte an. Dann ertönte ein leises Klirren von Eisen, als hätte jemand gegen das Vorhängeschloss getreten, das den eisernen Verschluss über dem Gullischacht sicherte. Der Polizist konnte es nicht gewesen sein, denn er war nicht nah genug. Ich sah, wie Dr. Teunton den Kopf hob und scharf hinüberblickte. Dann hob er den Gewehrkolben an seine Schulter. Ich hielt meine Laterne bereit. Ich war ganz kribbelig vor Angst und Erwartung. Was würde jetzt passieren? Noch ein leises Klirren, dann hörte das Rascheln plötzlich auf. Ich lauschte atemlos. Auf der anderen Seite des Tanks bewegte sich der bis dahin schweigsame Polizist. Fast schien es mir, als ob ihn jemand oder etwas berührt hätte. Im selben Augenblick sah ich, wie sich die Mündung der Waffe des Arztes etwa fünf Zentimeter nach oben bewegte. Ich hielt meine Laterne fest, umklammert und holte tief Luft. Bereit, rief der Arzt. Ich ließ das Licht meiner Laterne über die Oberseite des Tanks gleiten, während der Inspektor es mir gleich tat. Ich habe bloß noch eine wirre Vorstellung von einem sich windenden, braunen Ding an der Reling einen Meter rechts vom Constable. Das Gewehr des Arztes gab ein, zwei Schüsse ab und es verschwand über den Rand des Tanks. Im selben Augenblick rutschte der Constable vom Geländer ab und sank auf die Oberfläche des Tanks nieder. Mein Gott, rief der Inspektor, hat es ihn erwischt? Der Arzt stand bereits neben dem Gestürzten und war damit beschäftigt, ihm die Kleidung zu lockern. Er ist in Ordnung, antwortete er. Er ist nur ohnmächtig geworden, die Aufregung war zu viel. Ein tapferer Teufelskerl, dass er geblieben ist. Das Ding war über eine Minute lang in seiner Nähe. Von irgendwo unter uns in der Dunkelheit ertönte ein rasselndes, stampfendes Geräusch. Ich ging zur Seite und warf das Licht meiner Laterne nach unten. Es zeigte mir ein sich windendes, gelbes Etwas, vergleichbar mit einem Aal oder einer Schlange, nur war das Ding flach wie ein Band. Es wickelte sich selbst zu Knoten. Es hatte keinen Kopf. Dieser Teil schien ganz einfach zu fehlen. Das ist genug, hörte ich Doktor Teuten sagen und im nächsten Augenblick stand er neben mir. Er zeigte nach unten auf das schreckliche Ding. Da ist der Mörder, sagte er. Es war einige Abende später, als der Inspektor und ich im Arbeitszimmer des Arztes saßen. Selbst jetzt, Doktor, sagte ich, verstehe ich nicht, wie Sie darauf gekommen sind. Der Inspektor nickte zustimmend. Nun, antwortete Doktor Teuten, so schwierig war es nun auch wieder nicht. Wäre ich nicht unglücklicherweise während meiner Abwesenheit erkrankt, hätte ich die Sache schon vor ein paar Monaten aufklären können. Sehen Sie, ich hatte ein paar außergewöhnliche Gelegenheiten, Dinge zu beobachten. Und in beiden Fällen war ich sehr schnell vor Ort. Aber trotzdem wusste ich erst beim zweiten Todesfall, dass die Tat nicht von Menschenhand begangen worden war. Die Tatsache, dass es keine Fußabdrücke im Schlamm gab, bewies dies eindeutig. Und nachdem ich mich damit abgefunden hatte, waren meine Augen offen für Details, die bis dahin ohne Bedeutung schienen. Zum einen wurden beide Männer fast an der gleichen Stelle tot aufgefunden, und diese Stelle liegt genau über dem Überlaufrohr. Es kam aus dem Tank, fragte ich. Ja, antwortete Dr. Teunton. Dann fand ich am Geländer in der Nähe des Ortes, an dem sich der Vorfall ereignet hatte, Schleimspuren und eine andere Sache, die niemand außer mir bemerkt zu haben scheint. Der Kragen des Polizistenmantels war nass, und der von Mr. Marchmount ebenfalls. Schließlich wiesen mich die Form der Abdrücke an den Hälsen und die enorme Krafteinwirkung auf das Ding hin, nach dem ich suchen musste. Der Rest war eine Frage der Schlussfolgerung. Natürlich waren meine Vorstellungen noch etwas unklar. Bevor ich das Vieh sah, hätte ich sagen können, dass es sich um eine Art Schlange oder Aal handelte, und ich hätte seine Größe sehr gut einschätzen können. Im Laufe der Überlegung hatte ich Gelegenheit, mich an den kleinen Dufferst zu wenden. Von ihm erfuhr ich, dass das Becken jährlich gereinigt werden sollte, dass derlei in Wirklichkeit aber schon seit Jahren nicht mehr geschehen sei. Was ist mit Dufferst? fragte ich. Nun, sagte Dr. Teunten trocken, ich habe gehört, dass er umsonst begnadigt werden soll. Natürlich hat der Mistkerl all diese Dinge gestohlen, aber ich denke, er hat für seine Sünden eine gerechte Strafe bekommen. Und die Schlange, Doktor? fragte ich. Was war es? Er schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht sagen, erklärte er. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Es ist eine jener Anomalien, die die wissenschaftliche Welt gelegentlich in Erstaunen versetzen. Es ist eine Kreatur, die sich unter anormalen Bedingungen entwickelt hat. Und leider wurde sie durch die schwere Schrotladung so zerschmettert, dass die Überreste nur wenig aussagen. Der Kopf wurde, wie Sie gesehen haben, völlig weggeschossen. Ich nickte. Das ist seltsam und beängstigend, antwortete ich. Das gibt einem schon zu denken. Ja, stimmte der Arzt zu. Das sollte uns eine Lehre in Sachen Sauberkeit sein. Das sollte uns auch schön. Das ist mein Schatz. 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 Vielen Dank.